Hallo Leute, willkommen zurück zu Crustodio, vielleicht der letzten Folge, aber wir wissen nie genau wie lange gewisse Vorhaben dauern, wie wir in den letzten paar Folgen festgestellt haben. Heute wollen wir uns um den intergalaktischen Transziver kümmern und wenn wir hier schauen, da brauchen wir etwas Energie, um den aufzuladen. Insgesamt 30 Terajoule, maximale Ladeleistung ist 60 Gigawatt und wenn wir schauen, was wir jetzt haben, haben wir maximal 3,5 Gigawatt und die brauchen wir fast vollständig. Drum denke ich mir, für diesen Transziver bauen wir separat einen Anti-Materie-Reaktor und für die Anti-Materie brauchen wir die Zellen. Und da jede Zelle braucht 1000 Materie und wenn wir da mal schauen, aus was können wir das denn so herstellen und was eignet sich am besten? Ich meine, das günstigste ist Holz, aber wir brauchen 2 Holz für, 10 Holz für 2 Materie. Vielleicht ein etwas ungünstiges Verhältnis, auch wenn wir Holz nur aus Wasser herstellen. Ich denke, das braucht entweder sehr viel Wasser, sehr viel Gewächshäuser oder dauert eine ganze Weile. Biomasse 10 zu 5, nicht allzu schlecht, aber Biomasse stellen wir nicht in hoher Menge her. Dann die ganzen Erze sind auch 10 zu 5, Rohöl 100 zu 6, möglicherweise etwas besser. Aber, das ist einfach eine Konversion, 1000 Materie in einen Materiewürfel oder ein Materiewürfel in 1000 Materie. Mineralwasser, Quarz noch schlechter. Rohes Immersit ist 10 zu 10, also von 1 zu 1 und wenn wir schauen, wie viel Rohes Immersit wir da abbauen, haben wir 900 die Minute, das heisst, das sind 90 in 10 Sekunden, 15 pro Sekunde. Das heisst, wir bekommen auch 15 Materie da raus. Das heisst, wenn wir die Menge nehmen, 900, dann sind das auch 900 Materie die Minute. Das heisst, pro Minute bekommen wir fast einen Antimateriebehälter raus. Aber, wir haben hier zwei Immersitfelder angeschlossen und ich denke, für die Antimaterie brauchen wir separat was. Und ich habe da diese beiden ins Auge gefasst, wir können die auch wieder zusammenfassen, einen Bahnhof haben. Und dann, hier unten haben wir unsere Stromproduktion und ich denke, wir ziehen hier ein Gleis raus und liefern dann das rohe Immersit für die Konversion hier an, konvertieren. Wir haben dann hier irgendwo den Antimaterie Reaktor, den wir... Ich möchte den eigentlich nicht am gleichen Netz haben wie den ganzen Rest, aber die Verarbeitung schon an, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Aber ich denke, zuerst brauchen wir hier mal die... Die Bohrer, wo sind die? Oder wie heissen die? Damit wir die, äh, das rohe Immersit steinbrechen. Ähm, also... Haben wir ihn doch. Äh, brauche ich nur zwei davon. Bitte liefern. Sie kommen irgendwann. Äh, zehn kommen. Ich brauche hier nur zwei. Und dann können wir die beiden, äh, Felder da oben anschliessen. Kommen sie, kommen sie nicht. Wann kommen sie? Ah, jetzt sind zwei auf dem Weg. Ich hoffe, die kommen bald. Gut, da sind sie. Mit so viel, äh, Exoskeletten hier drin, ähm, brauche ich nicht wirklich, ähm, ein, äh, ein Fahrzeug. Ähm, brauchen hier etwas Strom. Wir brauchen hier etwas Strom. Und dann brauchen wir hier einen Bahnhof. Ähm, so einen Bahnhof. Ähm, beziehungsweise, ähm, Das funktioniert so. Und dann hier hinten. Und dann kommen wir da so raus. Wollen wir hier so ein Signal. Ähm, Ja, so ein Signal. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Nr. 1 angeschlossen und zu wenig gelbe Bänder. Da greife ich halt einfach rasch mal in die Kiste, denn bis die Robys so weit sind, sind wir hier fertig. Das zweite Band ist auch fertig. Und das heisst, der nächste Schritt ist dann effektiv da unten die Verbindung nach hinten durchzuziehen. Und ich mach das mal rasch und dann können wir sehen, wie machen wir die Verarbeitung da unten. Mit einer Entladestation hier unten gebaut und einem Zug bereits eingestellt, können wir den schon mal unterwegs schicken, während wir hier rasch nach oben rennen und uns mit Material eindecken. Wir werden brauchen einen Transivo, einen Reaktor und dann brauchen wir was um die Antimaterie Behälter zu füllen. Das machen wir. Wo machen wir das? in Materie Montage Maschinen. In denen hier. Und dann brauchen wir noch die hier, die Materie Anlage, welche aus Rohmaterialien Materie herstellt. Das heisst, eine hiervon, vielleicht zwei und dann eine hiervon. Das sollte reichen. Gut. Dann. Was wir hier zuerst brauchen, ist das hier. Und dann machen wir ein rotes Band rein. Das machen wir einfach so. Hier haben wir wieder die verschiedenen Optionen und die, die wir wählen wollen, ist die hier. Und wenn wir das hier eins näher rücken. Ähm. Haben wir das vielleicht so raus. Ähm. Ein Tank hier hin. Und dann machen wir das so. Ähm. Können wir da. Nein. Aber wir können Geschwindigkeit reinpacken. So. So. Und dann hier hinten. Und dann hier hinten. Lassen wir da etwas Platz frei. Da können wir das hin machen. Und da brauchen wir jetzt Anforderungskissen. Ähm. Machen wir doch hier ne runde Zahl draus. Nicht, dass 6 ungerade wäre. Oder unrund. Ähm. Dann hier das so. Ähm. Dann machen wir das hier. So. Gut. Das sieht ja nicht mal so wild aus. Wir haben hier schon 1K drin. Das heisst, das ist genügend für eine Antimateriezelle. Wir können das auch hier auf der Seite noch anschließen. Wir müssen vielleicht hier einen Ausgang wählen. dann kommt das gut die Befüllung die ist nicht wirklich das Problem ist mir so bis wir die Materie da reingepackt haben aber das sieht schon mal gut aus das heißt wenn wir jetzt hier hinten einen Antimaterie Reaktor hinstellen und da einfach eine Anforderungskiste ran machen das so und die müssen auch wieder raus und dann packen wir die hier rein und wenn wir da dann zu viel haben dann kommt das gut hier brauche ich aber nicht die sondern die geladenen nehme ich mal an und und ha ha mich das separieren will ich denke hier mache ich hier mache ich eine Solarzelle ran so dass wir das getrennt vom normalen Netz haben und und oder ich mache das so dann ist der nämlich nicht am Netz und dann wo haben wir den Receiver hat doch auch einen eingepackt da ist er da ist er da ist er und dann haben wir in dem Netz 3 Gigawatt nicht genügend Energie 15 Gigawatt um zu laden das heisst wir brauchen da nicht einen Materie Reaktor sondern effektiv brauchen wir 5 das heisst wir müssen hier etwas umbauen so hier das brauchen wir bei jedem von denen wir brauchen das überall wir brauchen es nicht zweimal dann einmal so einmal so dann hier das so das so und dann hier hinten rum binden wir das so und sobald wir da dann alle am start haben wird der auch geladen aber so ein Antimaterie Reaktor laden das dauert sein Zeitchen ähm und ich frage mich hier ähm wie sieht es mit der Produktion aus ähm der Produktion an Materie ähm da sind wir bei 3200 die Minute äh sprech wir können hier ja dann eigentlich das Setup so kopieren äh und dann wie gehen wir damit um machen machen wir das so und die brauchen wir eigentlich nicht statt hier rum können wir ja so machen die Frage ist jetzt effektiv haben wir überhaupt schon genügend von den Behältern hier haben wir sieben produziert sieben geladene 36 ungeladene gut das scheint so zu funktionieren aber wir müssen noch warten bis die verbleibenden zwei Antimitere Reaktoren äh fertig sind bevor wir das Ganze in Aktion sehen und das passiert nicht mehr in dieser Folge denn wir sind auch heute schon wieder in Überlänge also das nächste Mal sehen wir hoffentlich einen aktiven intergalaktischen Transceiver also bis dann und tschüss